Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video hier in meiner Minecraft Welt 1.18 und es regnet. Ich habe ein bisschen weiter gebaut, ich habe das alles auch gestreamt auf TikTok. Vielleicht war da ein oder andere von euch dabei. Wir haben eine unendliche Lava-Farm gebaut, ein Nether-Portal, wir waren im Nether und haben ein bisschen geframt, ja. Wie man eigentlich unendliche Lava-Farm macht, ganz simpel. Und macht so, da unten kommt Lava rein, über diesen Ripstone da fließt es runter und fließt in den Eimer rein. Oh, das ist heute weggeworfen. Ob ich das, die Seed sollte ich auch nicht wegwerfen unbedingt. Slash. Wired Night Slash. Double Downfall gibt es nicht mehr. Weather Clear. Genau, deswegen schmelzen wir das ganze Koffer. Und das alles haben wir in der Zeit gefarmt. Oder bekommen. Ja. So. Zack, dann. Können wir die hier mal mitnehmen. Und dann gehen wir jetzt mal Wohin. Wohin. Das war, demnächst habe ich auch vorher ein paar Archive-Monstrumoren zum Beispiel. Wenn man sich mal Bauhöhe bis zur niedrigsten Höhe zu fliegen. Das habe ich vor. Dafür brauche ich aber noch. Weil ich davor andere Sachen geplant habe. Und zwar dann gehen wir mal hier in die Höhle. Wir sind so oft im Stream gestorben. An Skeletten, an Fall Damage, an Zombies und was weiß ich. So, dieses Relikt. Ich muss jedes Schaf, was ich hier sehe, auf den Hintern schlagen. Das ist das Ritual, jetzt das Heilige. Also ich weiß nicht, wie schnell man Essen in der 1,18 verbraucht, aber ja. Genau. So sterbe ich meistens. Und. Ja, das ist halt dann das, was dabei rauskommt. Dann darf ich da wieder hinlaufen. Und meistens schaffe ich es dann wieder nicht. Das muss kommen. Ich hätte nur aufsetzt. Ich schaffe es dann wieder nicht. Und dann schaffe ich es. Und dann verkecke ich beim nächsten. Deswegen sollte ich mir da unten mal Wasser hinsetzen. Rein theoretisch. Ich werde demnächst dann einen Aufzug hinbauen nach oben. Also einen Wasseraufzug, der mich nach oben führt, weil nach unten braucht man glaube ich keinen Aufzug. Also zumindest nicht, wenn du im Wasser landen kannst. Eben, das ist halt so. So. Da und so. Und jetzt würde ich mir wahrscheinlich schnell. Und da nicht. zack, 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 und wird das. Dann gehen wir halt hier in diese Höhle, Koper, aber die liegen lassen wir Koper. Weiß ich nicht, brauchen wir nicht unbedingt, habe ich das Gefühl. Fällt alles schön an, zack, warte, wir müssen das anders machen. Und zwar, ich muss mal kurz warten, bis das Wasser bis unten weg ist. Okay, das passt und dann, nein. Okay, dann fallen wir halt nicht. Ich wünsche da halt das Wasser. So, das war schon das zweite Wasser. Ups. Zack. Genau, hier unten haben wir ein Nether-Mortal und so. Das wächst hier ja. Hier unten ist eigentlich nur eine Kiste und hier können wir in Nether gehen. Ein Nether ist eigentlich nichts Spannendes. Ich wollte euch das nochmal gezeigt haben, dass wir das hier unten haben. Genau, weil wir ein bisschen weiter gebaut haben. Zack. Obwohl, wir wissen ja was wir machen, dass dieses Archiv wird jetzt in dieser Folge. und zwar, wir bauen uns, wir bauen jetzt erstmal hoch, das ist ein Creeper. Leute, das nennen wir doch keiner, oder? Von wo habe ich den, von wo hat der getraillert, getraillert? Ich könnte eine Sache überlegen, ob ich es mit einem MLG mache, diese Sachen. Weißt du, was ich mache jetzt hier? So. So. Ich kriege es jetzt mal hier hoch. So. 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 Das Wasser lassen wir doch mal da. Gehen wir mal kurz fälzen. Jäger nach Hause und ins Bett. So. 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 ich komme nicht raus ich habe noch nie ein Bett unter Wasser ihr wollt mir sagen, dass ich unter Wasser schlafen kann die waren alle zu ertrunken... betrunkenen Stinks, ich weiß nicht was los ist in dieser Version aber ich bekomme so schnell Hunger ist das so unnötig, ne? hm, verdampft so dann können wir noch ein bisschen... ne, wir nehmen Sand, weil dann können wir den Turm auch wieder abbauen ja, dann müssen wir aber Sand fahren nochmal... ist so würde ich sagen... so... ich farm nochmal Sand und dann sehen wir uns gleich wieder so... so Leute, wir haben jetzt hier gefahren ich zeig euch gleich die Farmstelle ich muss nochmal eine neue Schaubel machen ich hoffe es reicht ja... wenn nicht dann... wenn nicht... und zwar hier... hab ich das jetzt einmal weggebuddelt ich würde sagen... ich gehe hier hoch ich brauche mich dann mal hoch und dann sehen wir uns gleich wieder ok Leute ähm... ich kann das erklären ok? ok... da kommt da oben schon so gesplittet runter ich muss mich beeilen... dass ich das richtig schaffe hier so... da reinlaufen kann dann können wir da hochschwimmen und ich muss noch in sand fahren bis gleich und ich baue mich dann auch schon mal direkt hoch so leute dann ich habe es fertig gebaut bis einmal oben hin wir gehen jetzt mal ganz gut schlafen und dann kommt mir den jump also ich weiß halt nicht ob es geht bis zur höhe 63 oder so ich hoffe das lagern wir mal alles ein für alle jetzt wissen was wir vorhaben ja es wird ein water energy nein ich bin super ok wir sind hier auf der maximalen baue 319 ist die maximale baue und wir jumpen wir jumpen wir jumpen gott leute ich hab ich hab die ja gott oh mein gott leute ich hab den water energy geschafft ich habe mir zwar jetzt nicht überlegt wie ich rauskomme ich habe es einfach noch mit dem water energy hinbekommen hier ist noch das habe ich halt alles nicht abgebaut ich hab mir schon mal so offen normal hoch Ich schwimme auch kurz hoch, ne? So, Leute, jetzt sind wir oben. Ich habe auch schon mal einen Eimer um den Türen gehockt. Aber ja, nein. Okay, Leute, so. Oh mein Gott, Leute. Schaut mal, wie gut ich bin. Okay. Natürlich. Let's go. So, Leute. Jetzt können wir hoffen, dass ich ein Wassereimer im Flug... Oh ja, gut, wenn ich davon stehe. Okay. Ich habe eine andere Taktik, okay? Taktik ist riskant. Aber sie ist möglich. Okay. Ich komme. Nein. Okay. Zack, 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 zack. Und zack, 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 zack. Und... das... Ach, warte, warte, warte! Ich muss springen, ich muss springen, ich muss springen, ich muss springen! Das war's, Mann.